Der Sommer hat mehr zu bieten als Fußball. Die AZK lädt diesen Sommer zur Jubiläumskonferenz ein. 20. AZK, seit 2008 eine der größten Plattformen Europas für freie Aufklärung. Melden Sie sich bei uns. Wir sagen Ihnen, wann und wo Sie in Ihrer Nähe teilnehmen können. Wir melden www.anti-zensur.info Hochkarätige Referenten geben anlässlich der Jubiläumskonferenz ein Update zur aktuellen Weltlage. Vielseitigkeit garantiert. Alle Redner sind prominente Experten auf ihrem Fachgebiet. Die Auswahl der Referenten wird wie gewohnt eine Überraschung sein. So viel können wir verraten. Es wird vielseitig, international und einer Jubiläumskonferenz würdig. Ivo Sasek, der Gründer der AZK, wird die Tagung moderieren. Ein vielfältiges Musikprogramm umrahmt den Tag. Simultanübersetzung in diverse Sprachen. Ganztägige Veranstaltung, alles unentgeltlich, inklusive Verpflegung. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt und gehe mit Gänsehaut und Herzklopfen nach Hause. Die Vorträge sind sehr interessant und wirklich notwendig in der heutigen Zeit. Hier ist wirklich alles vertreten. Dieses Schema links-rechts, was uns von einer wenigen kleinen Klicke aufoktroyiert ist, ist völlig überholt. Heute noch melden unter www.anti-zensur.info. Sie erfahren Termin- und Teilnahmemöglichkeit von einem AZK-Mitarbeiter aus Ihrer Region. Treffen Sie auf der 20. AZK. Gleichgesinnte Menschen aus Ihrer Region. 20. AZK. Eine einmalige Möglichkeit. Ein internationales Highlight. Ich muss das alt werden, um sowas zu erleben. Danke dafür.